Männer, was? Sie sind so erbärmlich, was Schmerzen anbetrifft. Ich meine, Sie sollten mal versuchen, Frau zu sein. Es ist ein Albtraum. Ihr Körper fängt an zu spinnen bei der ersten Periode und das hört bis zu den Wechseljahren nicht auf. Das heißt, ein Leben lang undicht sein, verschwollen, befleckt, verschmiert, lähmende Krämpfe, todende Hormone und dieser Geruch. Und so ist es, wenn alles normal ist. Ich wollte nie eine Frau sein. Ich sag es ja nur.